Sorry, schon voll heute. Ja, ist schon voll, heute ist klar, warte ab. Ich komm, ich ruf meine Cousins jetzt, jetzt reicht's, nee, jetzt reicht's. Oh nein, es ist Englisch. Der Trainer braucht access to your camera and microphone for analyzing your body language. Turn up the volume and say okay to start your training. Okay, we recuere permission to your camera and microphone. Please don't... Ja, es reicht doch, ja! Turn up the volume and say okay to start your training. Oh, sick, der geht, Drecksspiel, doch nicht. Soll ich dir helfen, Rick, ruf mich mal schnell über Discord an, wie geht das, Bruder? Eine Stunde später. Okay, ja, ja, der erkennt mich, der erkennt... Uh, feiern! Warte, jetzt schau ich, wie der mich reinlassen wird. Bist du zum ersten Mal hier? Ja, ja, ich bin zum ersten Mal hier. Ja! Wer spielt heute? Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ich bin einfach hier, um ein bisschen Spaß zu haben, Bro. Wo kommst du gerade her? Ich war ein bisschen zu Hause chillen und jetzt bin ich hier ein bisschen feiern und so, weißt du? Bei dem kommt nur rot. Wie ist voll? Wie ist voll, lan? Wie ist voll? Video lässt mich nicht rein, lan? Ich f*** den Laden, lan? Ich f*** den Laden, lan? An... 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 Wie? Wie, ich komm nicht rein? Wie, wie mach ich jetzt nochmal von vorne? Der hat mich nicht reingelassen. Bist du allein? Ja. Was schaust du, lan? Was? Was? Weißt du, wer heute spielt? Was juckt es mich, wer heute spielt? Wenn du mich nicht reinlässt, dann kämpfen wir. Glaubst du, du hast eine Chance gegen mich? Also entweder lässt du mich rein oder ich übernehme diese Tür und f*** deinen Chef auch noch. Ja, ne? Entscheidet euch. Ich will diese... Was? Was? Ob ich rauche? Ob ich Drogen... Was juckt es dich? Was ist Drogen, lan? Du Pietsch. Ich f*** dich. Schau nicht so. Sorry, schon voll heute. Ja, ist schon voll. Alles klar, warte. Ich komm, ich ruf meine Cousins jetzt. Jetzt reicht's. Ne, jetzt reicht's. Sie da, einmal bitte 40 Kurden hierherrufe. Dann morgen. Meine Stimme ist zu tief, Chit. Das ist halt das Problem leider, ne? Das macht denen Angst. Ich merke, dass Türsteher mögen es nicht, wenn man denen Konkurrenz macht. Wir versuchen's anders. Bist du zum ersten Mal hier? Boah, Bruder, wallah. Ich bin eigentlich so jedes Mal unterwegs so. Aber ja, eigentlich bin ich so das erste Mal hier, Bruder. Aufs Süß. Weißt du, wer heute spielt? Bruder, scheiß auf den, wer spielt. Ich rapp sowieso besser wie der Peach, Bruder. So. Wallah, wenn ich einmal rapp, So, dann ist der, wo gerade spielt, ein B****, Bruder. Bist du drauf? Bruder, das Einzige, wo ich drauf bin, das denken die Leute bei meinem Freestyle. Aber eigentlich hab ich komplett so. Ich mach einfach so Freestyle, Bruder, so. Aufs Süß, Bruder, so. Wenn du willst, ich kann rappen. Passt heute nicht. Bruder, ich b**** dich, Bruder. Wallah, ich b**** dich, Bruder. Also, auch nicht als Mäus kommt man hier rein, lang. Scheiße. Bruder, das ist voll schwer, Mann. Bist du zum ersten Mal hier? Nein. Ich war davor schon mal da, wo ich deine Mutter ge****t hab. Okay, warte. Also, soll ich dich reinlassen? Äh, warum? Weil wenn du mich jetzt hier nicht reinlässt, dann gibt's kein Taschengeld mehr für dich, du kleiner Peach. Hast du verstanden? Also, du lässt mich rein oder es gibt erstmal Hausarrest? Hast du was getrunken? Ähm, nee, eigentlich nicht, Bruder. Ich trink kein Alkohol, weißt du? Komm. Was komm? Was komm? Komm, komm, komm. Komm, lan. Komm, lan. Komm um die Ecke, lan. Komm um die Ecke, lan. Morgen. Ganz sicher. So, Bruder, wenn der B**** mich jetzt nicht mehr reinlässt, dann weiß ich auch nicht, ich f*** ihn. Ich hab gesagt, ich f*** ihn. Oder ich bin, ich hab einfach, das Hemd, das reißt gleich. Ich seh einfach aus, als wär ich, als wären wir, würden wir gerade Online-Unterricht machen und ich bin euer Lehrer, ha. So, Leute, äh, wo waren wir gestern stehen geblieben? Äh, wer ist denn, äh, Achmat, ich, in der Gruppe, der, du gehörst ja nicht zum Unterricht. Ja, oder so, oder diese, komm in die WhatsApp-Gruppe, ne? Ja, 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 oder diese, komm in die WhatsApp-Gruppe, Menschen, so seh ich auch raus, ne? Ja, 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 stimmt. Okay, alles klar, let's go, berghain, wir holen das Ding, wir holen das Ding. Wir holen das Ding. Wie alt bist du? 29. Wieso sollte ich dich reinlassen? Warum nicht? Bist du drauf? Nein. Sorry, schon voll heute. Wie voll, Mann, ich reiß, reiß mir doch langsam mit voll, Bruder. Wie voll? Warum fragst du mich dann, du Pietsch? Welcome to Berghain Trainer. Ah, die Fresse. Lass mich rein. Okay. Okay. Turn up the volume and say okay. Okay, okay. Ich muss, glaube ich, mehr reden. Und ich muss, ich lüge den jetzt an, den Pietsch, ja? Wie alt bist du? Ja, ich bin 29 Jahre alt. Ich will schon alter Sack. Aber ich bin noch fit zum Feiern. Glaubst du, du bist hier richtig? Ja, ja, ich denk schon. Ich denk schon. Ah, shit. Hast du was getrunken? Nein, nee, nee. Ich trink nicht. Ich hab aufgehört mit Alkohol. Da war ich schon 14 Jahre alt. Da früher häng ich's getrunken. Da häng ich eine wilde Zeit gehabt. Aber jetzt nimm. Ne. Das ist ja jemals, hey, Bruder. Komm mit nach hinten. Komm mit jetzt nach hinten, lad. Ich f*** dich schlau. Komm mit nach hinten. Komm mit nach hinten. Komm mit nach hinten. Tut mir leid, Chat. Das gehört sich nicht. Eigentlich darf ich nicht so reagieren. Äh, sowas sollt ihr auch nicht in echt machen. Man darf nur Ja oder Nein sagen. Okay. Warst du schon mal hier? Ja. Weißt du, wer heute spielt? Ja, ja, weiß ich, Mann. Ja. Wo kommst du gerade her? Nein. Sorry, schon voll heute. Deine Mutter ist voll, du *** von mir, du ***. Als ich sie ge***t hab, du ***. Ja, okay, Chat. Ich weiß echt nicht, was ich noch machen kann. Ich hab alles versucht. Ich hab grad echt Flashback, als ich damals 18 war, ja? Komm nicht rein, Bruder. Camp gucken. Bruder, ich bin die Cam geworden. Lann, wie tief ich schon reingeguckt hab. Wie sehr soll ich noch reingucken? Ich fühl mich wie, als ob ich Passfoto machen muss. Ah, warte, der nimmt jetzt schon meine Tonaufnahmen auf. Ja, ich mach jetzt heute meine Hausaufgaben. Und danach geh ich noch, äh, ja, bisschen hier feiern. Mit den Jungs, Leute. Oh, ist das eine krasse Party. Bist du allein? Ja. Glaubst du, du bist hier richtig? Ja. Bist du drauf? Nein. Sorry, schon voll heute. Oh, kleiner ***, komm jetzt raus. Komm, eins gegen eins, du kleiner ***. Komm jetzt nach hinten, Lann. Komm nach hinten. Jetzt reicht's mir, wir schlägern, Bruder. Das ist mir scheißegal, Bruder. Jetzt reicht's mir, aber Eiland, zack, hey. Ihr habt schon so lange gewartet vor der Tür. Ihr wollt jetzt auch einen feiern mit einer Freundin oder anderen. Ich bleib bei Fortnite, RP und Stream. Ich bin sowieso fertig mit der Türsteherzeit, ne? Ich misch nix mehr wissen.